Nach der Trennung von Schlagerstar Stefan Mross im November 2022 ist Anna-Karina Wojciak wieder frisch verliebt. Ihr neuer Partner heißt Daniel und mit ihm verbringt die Blondine aktuell einen Traumurlaub in der Dominikanischen Republik. Während sie ihren neuen Freund zu Beginn ihrer Beziehung noch nicht öffentlich gezeigt hat, teilt sie nun Pärchenaufnahmen ohne Ende auf ihrem Instagram-Profil. Und es wird sogar richtig intim. Hier zeigt sich das Paar kuschelnd in der Badewanne. Nur mit Badeschaum bedeckt präsentiert es sich vor der Kamera. Heißer wird's nicht. Für Daniel gibt's sogar ein Küsschen. Die beiden scheinen so sehr verliebt zu sein und ihr Glück mit der ganzen Welt teilen zu wollen, dass sie ihre Fans sogar in die Wanne mitnehmen. Mal sehen, ob die beiden bald mit den nächsten heißen Pärchenbildern nachlegen. Außergewöhnliche Fotospots gibt es in Punta Cana jedenfalls genügend, wie Anna-Karina mit diesen tollen Urlaubseindrücken bei Instagram beweist.